Ja, das ist einfach nur ein Kreuzschraubenzieher, ein Philips Kreuzschraubenzieher, der hier so in die Hand reinpasst. Und wenn du jetzt eine Idee hast, wofür man das vielleicht noch verwenden könnte oder auch nicht, dann bleib einfach dran. Hallo und willkommen, da ist der Rainer Rossmann vom Survival Shop. Schön, dass du dabei bist. Von CRKT, dieses multifunktionale Teilchen hier. Und zwar, das ist nichts anderes als ein Schraubenzieher, ein Kreuzschraubenzieher. Ich glaube, dass das ein Philips Schraubenzieher ist, aber da kenne ich mich jetzt nicht so genau aus. Und der passt da in die Faust rein, damit man halt, wenn man etwas aufdrehen möchte, kann man das entweder so tun oder wenn es wirklich streng aufgeht, dass man das so aufschrauft. Das hier alles, das ist kein Messer oder so irgendetwas, sonst würde man ja jetzt meinen Bart rasieren oder meine Wange aufschneiden. Also das ist alles ganz normal schön verarbeitet und es passt in die Faust rein. Und da ich ein absolut paranoider Typ bin, da ich immer auf Multifunktionalität schaue und da ich im Bereich des Überlebens mir immer die Frage stelle, was können Extremsituationen sein, in die man kommen kann, da ist auch die Selbstverteidigung ein Thema. Und ich bin natürlich kein Selbstverteidigungstrainer, das ist ganz klar, aber ich könnte mir vorstellen, dass das hier ziemlich wehtut, dass man damit Druck aufbauen kann, dass man damit hebeln, also hebeln vielleicht nicht, weil es ein bisschen kurz ist, aber trotz alledem hier einen Druck ausüben kann oder beim Zuschlagen ganz einfach mehr Kraft hinausbringen kann. Also das ist auch ein Selbstverteidigungstool. Und wenn du jetzt sagst, das ist sicher verboten und nein und das kann nicht sein und sowieso. Noch einmal, das ist kein Faustmesser, ist es nicht, es ist auch kein Schlagring, sondern es ist nichts anderes als ein Werkzeug, ein Schraubenzieher. Und der Hersteller hat mir versichert und auch der Generalimporteur, der hat mir ganz einfach gesagt, dass das hier ein legaler Gegenstand in Österreich und in Deutschland ist. In der Schweiz weiß ich nicht, da habe ich mich nicht erkundigt, da liefern wir auch nicht hin. Das ist ein billiges Eigenwerkvideo, klar, kannst du natürlich unten bei mir im Shop kaufen oder wenn du magst auch auf Amazon, gebe ich dir unten den Link dazu. Aber in Österreich und in Deutschland ist das überhaupt kein Thema, das zu besitzen. Und ich finde das einfach praktisch, es ist wirklich sehr, sehr leicht. Du kannst das, da fällt es mir gleich runter, in die Tasche einstecken und wenn du es brauchst, rausziehen, um einen Schrauben aufzumachen. Ein kleines Teil, das ich wieder einmal vorstellen wollte, so im Zusammenhang mit der Selbstverteidigung. Und mag dich natürlich wieder, das ist ein kurzes Video, um einen Kommentar bitten. Ich habe das Ding jetzt seit Jänner immer wieder bei mir, ich habe es in mehrfacher Ausführung, habe es erst jetzt vorgestellt, weil wir auch ein bisschen was, weil wir mal schauen wollten, ob das auch wirklich robust ist. Also es macht im Endeffekt alles mit, was man halt so tut. Also ich musste bis jetzt nicht nur Schrauben damit aufdrehen, das geht natürlich sehr, sehr gut. Und ich finde auch, dass es, weil es so leicht ist, ein wirkliches, auch ein EDC-Teil sein kann, das im Notfall vielleicht auch, also auf jeden Fall als Glasbrecher dienen kann und eben auch zur Selbstverteidigung als Kraftverstärker. Kommentar mag ich dich bitten, Links zu den Produkten findest du unten. Abo, aber andere Videos zum Anschauen. Bis bald und ciao.